Ja, lieber Videofreund, es ist wieder Drehtag. Genau. Drehtag, ja. Super hier. Im Auwald hier. Im Auwald, es ist eine große Freude. Ich habe übrigens gehört, Bruce und Mike wären auch heute hier. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir die Jungs vielleicht treffen. Die hängen ja meistens hier bei den Baumstammen rum. Bruce, Mike. Ja, wir sind hier. Hier drüben hier. Ja. Ja, wir sind hier, lieber Videofreund. Das ist total schön. Im Auwald, ja. Ja, da haben sie auch ein X hingemacht. Da haben sie die Stelle markiert. Da ist auch extra schon eine Lillane. Da kann ich immer starten. Dann kann ich mich wieder tatsachen. Da schwingen. Ja, das geht jetzt los. Ja. Ah, lieber Videofreund, jetzt hat er mich mal wieder angesteckt hier mitten mit. Jetzt hat er mich mal wieder angesteckt hier. Jetzt bin ich auch schon hier. Jetzt hänge ich hier auch schon rum wieder wie ein Aff, du. Aber er ist mir ein bisschen wild hier. Dann fängt er immer an hier rumzutoben und dann ist mir dann manchmal ein bisschen zu viel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin immer ein bisschen am Klettern und auch am Schaukeln, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe den einen Tatsachenfilm gesehen und da habe ich mir gedacht, ja, das ist super, da mache ich das auch. Ja. Hey, Bruce. Ja, komm, du wirst auch ein bisschen schaukeln. So gut. Hey, hör mal auf jetzt. Hey, hey, hey. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich fall noch runter hier jetzt. Nicht so wild, nicht so wild. Hör mal auf jetzt. Da bin ich total fertig hier. Mann, Gott hier. Das ist echt anstrengend mit Mike, ne? Na ja, gut. Ich werde mich jetzt gleich mal pennen legen. Ich habe hier eine Höhle gefunden. Dann mache ich mal ein paar Häuschen. Ja, lieber Videofreund, krass, wir sind da auf einen Baum geklettert. Aber der Bruce ist ein bisschen schlecht geworden. Der vertrickt die Höhe nicht so gut und da muss ich jetzt im Moment ausruhen erstmal. Ach ja, lass mich mal, lass mich mal noch kurz. Es wird schon, es geht schon gleich wieder. Ja, was ist immer so gut für eine von, wenn man weiter oben ist. Weil man kann dann mehr sehen. Sag doch mal auch ehrlich, das ist doch super. Ja, es ist nicht schlecht. Schöne Aussicht haben wir hier, ja. Wenn mir immer nur so schlecht werden wird in der Höhe. Ja, lieber Videofreund, hier sind wir jetzt nochmal an Main gegangen hier. Das ist richtig schön. Wenn wir schon kein Meer haben. Dann können wir ein bisschen am Wasser sitzen. Ja, das ist richtig schön. Außerdem gibt es hier auch Muscheln hier. Das hätte ich auch nicht gedacht hier. Guckt euch das mal an. Das sind Mainmuscheln hier. Übrigens, da habe ich auch noch eine gute Geschichte für euch. Und zwar, da waren wir ja am Meer. Und da hat der Mike immer, da hat er mal Muscheln gegessen. Und ich sage zu dem Mike hier, Mike, du musst die Muscheln, musst du ausschlürfen. Ausschlürfen, ja. Und dann hat er sich das irgendwie falsch gemerkt. Dann hat er den ganzen Abend, hat er dann gebabbelt hier, Muschilecken. Muschilecken, hat er gesagt. Seht ihr, jetzt geht es wieder los hier. Hätte ich es bloß nicht erwähnt hier. Oh Mann hier. Ach, am Main hier, am Meer hätte ich fast gesagt hier. Wie schön es ist, ja. Ist beruhigend hier, ist auch gut für den Mike, gell. Kommt immer runter. Für mich ist es auch gut. Für mich ist es auch immer viel Stress. Ja. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wir sind ein aufregendes Leben hier, aber ich würde auch nicht tauschen wollen. Ist schon in Ordnung so. Ja. Ciao. Ciao. Vielen Dank.